Let's go. Vielleicht können wir mal ein Game in der Promo gewinnen. Was meint ihr? Ist das möglich? Wir werden es herausfinden. Oha, wie ihr alle direkt Noob macht. Richtige Verräter alles. Hasst euch alle. Schade, dass ich den ersten Kill nicht bekommen habe. Jhin auch leider First Blood. Vielsberg, man. Geh doch an. Ah, der Eda rein. Weiß ich nicht. Den fühle ich nicht. Oh, actually. Komplett Outplayed. Good job. Fühle ich doch. Fühle ich doch, so wie er es Outplayed hat. Ich hab's. Mach die Promo einfach als AD Carry. Meinst du, das ist es oder was? Ich hab's. Nice. Da wollte die Diana aber. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Okie dokie Vielleicht hätte ich nicht direkt Mana Armee umgehen sollen, to be honest, sondern erst hier, Takta, wäre vielleicht besser gewesen. Okie dokie Das war's für heute. Das war's für heute. Zwei Games von dir dauert jetzt knapp 12 und 30 Minuten. Ja. Macht der AD Carry so viel Spaß? Äh, weiß ich nicht, also Azrael macht mir halt mega viel Laune. Aber so Azrael und so Varus als Lethality und so haben mir schon immer übelst viel Spaß gemacht. Ich mag so diesen Styles von AD Carry. Ist immer sehr angenehm zu spielen. Joa. Nochmal das Renekton Matchup. Let's go. Hoffentlich diesmal kein Permaganks. Ich hab noch nie gerne Soja mit Joa Haferdrink getrunken tatsächlich. Äh, also nie so pur. An sich. Oder halt unter Müsli. Okay. Das einzige, wo ich sehr gerne Haferdrink benutze, äh, ist Legit in Proteinshakes. Ich würd so gern wieder Fitness machen, Mann. Ich brauch ein eigenes Gym. Oder wo ich ein Gym alleine für mich für ne Stunde haben kann. Ne, zuhause Fitness, zack, da bin ich gar nicht motiviert. Ich brauch den Weg dahin. Ich brauch an sich meine Mahlzeit davor. Ich brauch den Weg dahin. Ich brauch mein Proteinshake danach auf dem Rückweg im Auto. Aha. Das brauch ich alles. Sonst ist das nicht das Wahre für mich. Lieb auch immer schön Rockmusik. War einfach immer Pock. Das vermisse ich tatsächlich. Hätte ich schon mega Bock wieder. So richtig durchzustarten mit der Ernährung, mit allem drumheran. Das hat, das hat schon richtig Spaß gemacht. Und das ist halt geil, weil man halt richtig gut Fortschritte sieht, wenn man richtig tryhardet. Das vermisse ich schon. Wenn ich jetzt das erste Mal Bunk 100 gedrückt habe, Deadlift an die 200 gekommen bin, Kilo. Das sind einfach alles geiler Shit. Das geht so über die Jahre. Das macht richtig Spaß, ey. Das vermisse ich schon tatsächlich. Das wird ihm sehr wehtun. Im Herzen. Das, das wird ihm ganz tief im Herzen wehtun. Musst du mich schnell hinter die Minions retten. Easy. Der Trade tut weh. What is he doing? Das ist schon Trinity fertig, Alter. Minute 8. Klasse. Das sieht doch gut aus. Das sieht klasse aus. Oh mein Gott, der Typ ist absolut tilted. Der hat den wenig rausbekommen. Der hat den wenig rausbekommen. Einfach runter gelasert. 剛findet er wieder runter. jeu basier. Das ist schreckisch. Dasłldsvロde. Tanden, тел- Oh, ist sowas von Tord? 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 Was ist mit diesem Game los? Warum sehe ich jetzt innerhalb von zwei Games zwei Major Game Breaking Bugs? Die Gold ging doch hier hin! Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja, 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 ja. bist du auf einer siebener winning streak oha